und jetzt fighten, 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 fighten fighten, fighten, fighten Zwei auf dem Spot Seto ist noch schwer, ne? Und da hab ich die Mercy direkt Pass auf den Teleporter auf, wir haben... Auf jeden Fall eine Zenyatta Genau Das passiert mir nicht nochmal Ja, jeder macht keine Ulti Ah, da... da ist wahrscheinlich dann... We groupen? Ja Wo ist denn der Rest geblieben? Ich dachte wir rennen aber auf dem Spot durch Ne, das Problem... also in der Kombo... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Die gehen dann halt hoch, so auf dem Torbogen, so wie sie es grad macht Und fangen die halt ab Aber das Problem ist, wenn du es so machst, dann hast du keine Chance Die kommen halt mit die Gegner Und dann kannst du die nicht weg snipen Dann die gleich nochmal durch, gehen sie da oder da? Ne, noch nicht Jo Wir machen ja Terrorraum mit dem Sniper und dann... Ich mach keinen Terrorraum mehr Die Mei? Ungelogen? Okay, links durch Durch, durch, durch Das passiert mir nicht nochmal Das passiert mir nicht nochmal Das passiert mir nicht nochmal Vor mir kann sich niemand herstecken Die sind alle on-spot Die Sentrys killen euch gerade alle Daniel, bei dem... bei der Brücke Ja, grad gespürt Auf der Spotseite kannst du mal ne Rakete rein knallen Jo, ich geb mir Mühe Muss erstmal so weit kommen Jo, beim Busch halt hochkommen, ne? Sie wissen hier irgendwo ein Teleporter aufgestellt hat Der Teleporter? Sind wir noch drauf oder nicht, weil ich da noch einen schönen Punkt sehe Ich bin, ich bin überm Spot Wissen die wo du bist? Auf den Spot, auf den Spot, auf den Spot Auf den Spot, auf den Spot Wer geht das an? Einer ist ja noch im Haus drin, ne? Ja Ich glaube Jetzt gibt es einer weg Jetzt wird es massiv Nein Nice Wer auch immer den gerade gekillt hat Gott sei Dank Ich hab dich irgendwie gesehen Ich hab dich irgendwie gesehen Soldier Ulti Nice, schlecht, nein Der war nice Nice Ey, die Main, ne? Nein Nein Snipern noch in der Treppe hinten am Spot Moment Ich hab, äh, abgeholt die Red Ich will direkt aufgehen Okay Ja, zieh durch Zurück auf Patrouille Ich greife das Ziel an Gebt mir Deckung Ich hab den Jetzt bist du geschützt Ich hab den Jetzt bist du geschützt Die Main ist ja noch Die Main ist ja noch Fein, der Ult kommt von hinten Maximo Haha, ich bin rüber geflogen Jetzt haben wir sie nochmal glatt basiert Ich hatte gerade noch Gold mit Eliminierung Und jetzt bin ich bloß noch Bronze Was? Hab gezogen Wie viel habt ihr denn? Ich hab 11 13 Ich hab 12 Ich hab 8 Ja 12 und 13 Ja, das war ja mit den Dings mit der Ult von Zarya oder so Feuer frei Oh, ich hab auch noch eine Rakete reingeballert Wie hast du da Kills gekriegt? Das sind doch meine gewesen Meine drei Freaks Egal Der Dämpfisch gemacht Du hast noch die Kill-Shots gemacht Ja, jeder hat, äh Also, jedes Mal wenn du irgendwo dran teilnimmst am Kill kriegst du ja eine Elimination Aber, aber schön mit dem, mit den Kommandos mitgegangen, möchte ich mal gerade sagen Auch wenn die ein bisschen chaotisch waren, aber Ja, aber so sollte man ja jetzt spielen, so macht es ja richtig Spaß Also macht es richtig Spaß, wenn auch die dann mitgehen und so Symmetra stirbt Symmetra wär noch der Ja, das ist doch das, was du meintest, ne, mit dem Namen Ja Martin hat den Fehler gemacht, er hat gesagt, irgendwas Ja, da Du dachtest es wahrscheinlich da Ja, und eigentlich war Symmetra dein Fehler Von links kommen drei Gleich ist einer drin Ja Entry down Bot is down Oh, Alter Die ist abgehauen, die Alte Ja, ich bin auch down Oh Gott, hat mich gerade voll umgefahren Auch down Weil Daniel mal wieder keinen Scheiß an Newport gestellt hat Natürlich! Habt der Karte cool down gehabt Blame ihn trotzdem Er hat sich noch cool down Was? Was ist da los? Okay, switch jetzt, ähm Nehmen Oh jaaa Please Äh, sind unter dir Craig Unter dir kommen sie Er Kree gegen McCree, wer gewinnt? Bin's auf dem Spot, oder? Ja Und Spot Schafft diese Witzfiguren von meinem Spot weg Und Spot Der leichter Ulti, aber... Kein Effekt Au! Bot ist down Die hat aber einen Effekt Ja, aber er ist tot Und ich hab Ulti-Ready Das heißt, die werden erstmal nicht aufs Spot kommen, hoffe ich Muss mal ganz kurz abk Eine Sekunde bis sofort wieder da Ja Stell mich einfach in den Raum rein und halte mich passiv Boom Junge Boom Junge fand ich doch Ja In dein Gesicht Der McRee Boah Komm Senyata, zeig dich Zeig dich Zeig dich, warum? Weiß nicht, ob die kommen ab oder nicht Die sind ziemlich low schon Da ist ein Diva Der musste dich ja von deinem Leid erlösen Reichert sie aus Der hat die grad so weggefickt, ne? Die war es unten Neben der Clooney Rechts Oh Oh, ne, ne, jetzt bin ich rausgeflogen Ich glaub, ich komme gerade wieder Ich seh, ob ich rausfliege Scheint hinterher Schnell Ja, ne albern kurze Zeit, dass man rausfliegt Und random drin Ja, jetzt ist gut Großartig Zum Nachschreiben Dann müssen wir dich nochmal einladen Ob das hat Oh, ich bin fast da Hier ist doch jemand, die da bei euch Ja, warte Ja, warte Ja Nein Ey, wie schlecht Boni, das muss man doch hören Ja, ich war gerade auf dem anderen gefokust Deswegen hab ich's irgendwie innoviert Ja, und ich steh hinter dir und bitte wach Onspot, Onspot Guck auf, du was daraus machen kannst, Martin Ja, wir werden das noch, oder bleiben wir direkt bei B Nein, ich hatte ein Nuno, der Oh, er hämmert mich Alter Hälfte, haben sie gleich Onspot, Onspot, Onspot Rück zum Ziel vor Sind zu viel Onspot Sind zu viel Onspot Also dritt und oben der Sniper Na, kannst du lassen Haben die auch ne Widow, oder was? Bist du schon drin, oder? Ja Ich switch auf Heal, da müssen wir einen haben Nice Ach, Toni hat natürlich keinen Heal nachgekickt, sondern damage Natürlich Mhm, Toni McCroney Haben wir unsere Mercy gleich mal, wenn sie hier irgendwo drin sind Perfekt Wenn wir nicht hinter die Wände ranz, dann ja Ja, der Mann hat immer noch ein paar Tricks auf den Nein, dann fehlt uns ja jetzt unser Besteschen Ich hol sie weg Ich hol sie weg von Sie Fail Sorry Ja, war mein Fail, da mach ich Ja, ich hab dann noch Pistol gepickt Und das ist halt die Frage Und wenn wir zu wittert sind Und da hochkommt Dann denk ich mir halt so Okay, dann mach ich mit Pistol Du bist zum Sniper Mode geblieben, ne? Nein, das ist so lächerlich Wenn man dann random hinterhergeschmissen kriegt, ey Ich bin am Contesten Werner, ich werner Schaff's dann immer, glaub ich Komm, rauf Kontesten, auf den Spot Auf den Spot Ich stehe, mit vier Gegnern Einfach rauf Einfach rauf Egal wie viele Killen und rauf Killen und... Nein! Aber Suki ist jetzt schon Zuschauer, oder? Ja Ist schon drin Ey, wir sind doch sechs Leute gewesen, ne? Ja, ich war mal ab K kurz Ja, ja, kein Problem Aber wir sind doch sechs Leute im Team, ne? Ja Ey, wenn die das nicht patchen, die Wichser Das darf nicht sein, dass einer rausgeschmissen wird Weil sechs Leute, dann muss das... Das geht nicht Ja, im Matchmaking wird das immer so sein Ja, eben Das kann nicht sein, dass da einer raus... Bist du dir sicher was? In einem Sechser-Team, da ist das abgeklärt Ich muss aber nochmal, sorry, ich muss nochmal zwei Minuten auf K Ja, wir gehen jetzt raus Ja, dann leben wir mal kurz 4 von 5 Medals Wer ist ein Grupplied? Ja, ich bin... Du noch, ja Verengung 4... 3... Super, auf der Aufnahme ist jetzt erstmal nur Verengung drauf Steht doch einer am Bus Nur Geduld Und ein Hanzo Und am Bus Und ein Ape Links nach rechts Nichts Wir gehen hier durchs Haus, oder? Äh, den Toben damals... Der Toben ist tot Der Toben ist tot, ja Oh, die Steppen wirklich on-spot Feindliches Geschütz ausgescheint Was sagt hier, also von Der ist schon oben rechts Wir sind schon fast on-spot, Leute, ne? Kommt mal durchs Haus an, das ist Hier ist es los Ja, weil die ganze Zeit auf uns auf der Straße schießen Geht weiter Wir sind ein bisschen hier gebrauchen Die Böschen rechts auf der Brücke Ich geh jetzt aufs Haus Ja, wir sind aufs Spot, Leute Böschen steht rechts oben auf der Brücke, nochmal Ja, einmal noch Ich bin mal eben wieder zurück Der ist schon fast down! Nein! Eine Sekunde zu spät Craig Sie haben dort ein Geschütz Vor mir kann sich niemand verstecken Nein, 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 nein Mecklin! Ah, ich wollte gerade versuchen zu überleben Vorsicht, Cloni Direkt links, wenn du rauskommst, ist ein Tower Sie haben ein Block Woll? Warum bin ich denn im Boot? Ach so, die hast du schon ein Brücken gehabt Sie haben einen Teleporter Sie haben einen Teleporter Ich bin zum Teleporter Ich bin zum Teleporter Böschen auf der Hauptstraße Und? Wir haben einen down Ab der hinter uns Ab der hinter uns Ab den Teleporter Schöner Ich hab ihn getrunken Wo ist er? Er ist jetzt da down Achtung Böschen rechts Ich bin am Zielpunkt So, für eine extra Entladung Anzo down Best schon ist down Alter Was fand das? Ich würde ins Ziel kommen Komm mal auf den Spot, komm mal in den Spot da drinnen Hab dich mal gerettet Keiner Keiner Jetzt wird's massiv Da geht es Kommt der eben Wackertik Hooray Unserer der Derer 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 ein Drache war das Ich würde jetzt hier rum Fahr wir an den Slow Ich lade auf Best schon von hinten mit Ult Best schon Ult Best schon Ult Müsste aus Jo Best schmeckt Ich seh jetzt jetzt dass hier Bei der Lieferung in der Hand drinne ist Bei der Lieferung in der Hand drinne ist Da ist noch jemand Heilung Hier muss da irgendwo ein Teleporter sein Ja Teleporter ist auf links glaube ich Best schon Best schon down Wie der auch instant auf null runter gegangen ist mit Helles Ja Keine auf einmal Sie haben dort ein Geschütz Boah Teleporter Teleporter Bringen wir sie in Bewegung Teleporter down Das Feindgeschäft gesichtet Oh nur ein Teleporter und ich kriegen äh Neues im Leben NEIN Ohhhh Bisschen zu spät sorry Ja passt schon Ich war ja low Scheinbar Scheinbar Der Krieg geht weiter Los Team Wir müssen die Fracht bewegen Alle Regler auf Anschlag Zu meiner Zeit hätten wir die Fracht längst abgeliefert Zusammen so wie diesem fühle ich mich lebendig Also hat Ult ready Vorsicht Von mir kann sich niemand verstehen Von Mercy kommen laufen die Ecke Vorm Tu es Die Fracht hat den Chefmann erreicht Na klupen Sonst ist andere Ulti in euch drin Ist schon down Alter das sift gerade richtig hardcore ab hier Geschützt im Einsatzbereich Wer ist hier down V.O. Wache Dann lass uns dieses Baby mal in Fahrt bringen Bitz ist down Wer ist denn da? Wer zum Teufel schieß denn da? Wer zum Teufel schieß denn da? Ich hab dich irgendwie gesiegt Feindgeschützt gesichtet Jetzt Ein Bestspiel steht ganz hinten Wo er ihn jetzt nicht mehr treffen kann Also Ja der macht safety first wahrscheinlich Ja mich hat er Wisch noch Der Ape hat mir ganz schön eingeschenkt Alter Ey wie viele Headshots kassiert der denn noch der A4 Jetzt ist er down Hinter euch ist ein Bestspiel Ja ja diese Brüder Kriege ich ihn noch? Kriege ich ihn noch? Ich zieh zu hoch glaube ich im Endskill Ne Ich hab nur gehört Kern Geschmolzer Kern Highlight des Spiels Nein ein Bestschen Und mit der Ulti Ohne Scheiße Wegen einem? Also alle Bestschen und Junkrat Play of the game ist einfach ne Scheiße So Hier ich bin zwei Minuten Auto gefahren Beeindruckend Du kriegst ein Abbot weil du auf dem Spim bist 52% Kill Assist Kein Vote Tja Musst du besser machen